Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen hier ist der Europass und wir spielen heute MW3 Play What I Say auf dem PC und wir haben dabei als Waffe die MK14 richtig und ihr wisst wie es läuft hier Sackschuss überlebt Kopfschuss nicht überlebt die Leute wissen schon Bescheid Es spricht sich langsam rum wie es hier abläuft bei MULROBUS Alter Ah der Kopf ist drin Alter Alter Das gibt es noch nicht ich habe den noch voll auf den Kopf gehalten und er wollte einfach nicht umfallen Alter ich höre nichts ich höre nur noch nichts für Wehr Boah da kassieren die alle Alter das ist doch Ihr renn mal nicht weg wenn ich hinter Wehrlaufe Ach Mist Ich hab kein Kill LOL Was gibt's da Letz? Also was macht einen Fight mit mir und ist tot Kacke ey kacke Ja weglaufen ist immer so Nein du bist doch nicht mehr gespawnt oder? Legt euch nicht mit mir an Alter das gibt's doch nicht hier Überall hörst du diese Die sind alle down Nein Das hört sich ein bisschen an wie bei Star Wars Das gibt's doch nicht Ihr habt's doch alle auf mich abgesehen hier Ja Neu Merkt das schon Fall auf Alles ist nicht ungenau Alter Das gibt's nicht ey ohne Scheiß Ha Ihr sprüht und getroffen Wer der Beschießerei Ihr sprüht und getroffen Ich sprühe nur noch Nein Was die ganze Zeit Ab und zu visier ich auch an Aber dann sprüht Komm ich auf Eurobass Eigentlich kann ich auch wieder spielen Alter ich brauch pro Mann ein ganzes Magazin ohne Scheiße Mann Leute ey Ach du auch Ah den hab ich getroffen Ah Ah Ist doch nicht Ähm Bläh Hab keine Ahnung So Alter still Ich treff den blöden Kopf Eurobass ist down Ist er gar nicht Ist er gar nicht Ich starte Nein Ach Mann Alter ich spawn Ah 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 Ha Das war ein perfekt gut gelungenes Sporen Was Scheiße Ha 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 Boop 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 Eurobass was denn bei dir durch Ja ich treff ab und zu Und ab und zu auch nicht Wo steh ich denn Oh weiter Ey 085 Alter Gärts da richtig drauf LOL Ey du stehst genau vor mir und ich treff dich nicht Das wird scheiß Alter Alter Ey man hört nur das geballern Alter 0815 Ohne Scheiße Richtig schlimm Alter ich treff gar keinen grad Konnt mich nicht erinnern dass das Level 3 allgemein so ist Ja Oh Irgendwie finde ich gerade keine Feine wo seid denn gerade Ah na Wo bist du Ich bin hier da Das gibt's doch nicht Welchen von den vielen Punkten Oh Stich Ah geht doch Oh Oh Eurobass nicht mitlaufen Ja Blecke Ja ist klar Wie könnt ihr mit dem Ding ziehen Ich treffe nix Aha Ah da Ach scheiße Da ist einer Das gibt's doch nicht Doch bei Roller Boah Boah Alter Ja geht doch Bin zwar draufgegangen dabei aber egal Los Alter wie macht ihr das ohne Scheiß dass ihr los hüpft weißt du und direkt Einfach zielen Einfach zielen Einfach zielen Einfach zielen Ich hab einen Triggerfinger Das ging's doch nicht Der 0815 hat mich schon so oft weggeschossen ne Ab nochmal Oh mein Scheiß Ab und zu treffe ich auch Scheiße Ja Oh Hat man so seine Momente Umkonfiguriert So da oben hat einer rum Weg 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 Nein Ich hab gehört hier oben ist Party Blutwork Eskalier Loll der Messert ja Das ist ja entpompten Hohle Weiß ich wer hab ich grad in dem Moment abgeschickt Boah Alter ich hör nur diese Soundgeräusche Alter das ist so heftig mhm Alter vor allen Dingen da hinten ist ja Da geht eine Bär ab hier Ich krieg Habe ich Oh jetzt ist ja nicht fast hier aber nicht mehr Hab dich Ja Ah Naja Itachi bleib stehen Oh manno Warum machte ich ja eigentlich Sprung Wolli Wer schießt auf mich Hab dich Ich hab dich Ich hab dich Oh ich hatte keine Munition mehr Scheiße Ähm Musst ihr halt Von Waffen man den anderen holen Ja ja aber da war keiner Ja ja aber da war keiner Ja ich muss nachladen Double Headshot Wolle halt rum alter Nein Hab dich Oh mein Gott Nachladen Nachladen Und und Bam 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 Ach Oh immer die die sich mal hingehen müssen Oh Gott Immer die die mal messern müssen Die wer durch umfällt Na da wollte sie mich Messehalle treffen Ah So Ravank Das gibt es doch nicht ey Das gibt es nicht ohne Spaß Ja klar Oh buffisch ey Ich hab mir sagen lassen die oben sind welche Ja Danke Ich hab mir sagen lassen, wie wir jetzt alle auf Euromars Komm mal, die machen alle Headshot, die haben Aimbot Ja, die haben alle an Echt mal Nein, weg hier Jetzt mal gleich hier aus dem Hinz und dann alles mögliche Auch von zwei Seiten, ey, unfair Scheiße Vor allem, man muss echt gucken, ey, wo die ganzen Leute hier vor sich hin blinken mit dem roten Lämmchen Das war ein One-Tap, Alter Ah, kacke, ey Ich hab dir genau auf den Kopf gezielt, normalerweise hätt ich dir... So Ich komm einfach vom Klang hin Ja Fangt ihn Tja Also wenn der so nah vor mir steht, ist das anwesieren auch für'n Arsch und Scheiße Ja So, bitteschön, Hakkorn für mich übrigens bekommen Bumm Ich spray'n alle Oh, ei, ei, ei Du kannst nur mit der Waffe sprayen Das ist echt situationsabhängig Manchmal spray' ich, manchmal, äh Tue ich scopen oder das ist echt Alter, ist lecker Alter, wie nah war ich wieder noch kommen Jetzt hab' ich gespopt Hey, ich sterb grad nur noch Ah, wo steh' ich denn? Ah, Mittelfeld Nein Belastend Mittelfeld Ey, Digga, bleibt mal stehen hier, danke Ey, wieso werd' ich grad nur umgebracht Falls du rutschst Reißer Ah Alter Alter Ja, klar Schmähle kann ich treffen Ach Oh, hinter mir will ich spawnen Warum streuen die Waffen eigentlich kaum? Weil das hier ist Jo, wahrscheinlich, oder? Weil das nicht Battlefield ist Mutter? Haha, ins Gesicht Hallo Oh, du hast mich gemessert Messern ist nicht Hier, brauchst du ordentlich teabacken Oh Alter So Wieste, was hast du davon mal mich geteabackt hast? Ja Alter Wo kam der jetzt leer? Oh, bin ich letzter? Oh mein Gott Oh Bin ich warm Alter, ja Ey, Michi, nicht mästern Ja Ja, klar Hab dich Ach, Mann Alter Komm her, wo bist du? Boah Ich hab' mir geblieben in die Führung Scheiße Dann lass dich sterben Dann lass dich sterben Lass dich sterben Lass dich sterben, lass dich töten, Mann Säure, Bass Hab dich Beftisch Beftisch Speftisch Beftisch Bebê bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbp AAaahhhh Double kill Also ab und zu ist echt sprühen auch voll für den Arsch Ey, Specki bleib stehen Ey Michi hör doch auf zu messern Du sollst aber nicht messern, Junge Aber dann sollst du aber nicht messern, Junge Das ist Played battysay mit Gewehr, nicht mit dem Messer Ich hab keine Muni mehr Meeres Dann lass dich töten Ja, super tem Sklern Geichte stark stauern flesh aunque sie sei Schade, so steh ich denn. Naja, wieder im Mittelfeld. Sieht man auch bei der Hitbox total geil, ne? Rechts und links neben Kopf geschossen und trotzdem tot. So, war auf jeden Fall lustig, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Gesundheit, bis dann wieder und tschüss. Tschüss.